Der hat schon deinen nächsten Song bereit. Was wird das sein? Ja, der nächste ist Rainbows. Ich bin ja nur noch mal hier, um die neue CD vorzustellen und da kann man ein paar Sachen über den Sound sagen. Wir haben das also als Band eingespielt. In Rotenburg gibt es ein tolles Tonstudio und da haben wir zwei Wochen lang uns zusammengesetzt. Und was ich jetzt hier tue, das ist eigentlich das, was ich auch da getan habe. Ich spiele meinen Song und dann kommt auf der Platte noch einiges dazu, aber wie es in der Urform klingt, das zeigt Rainbows. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Musik